Hallo meine Freunde, hier sind sehr sehr viele Süßigkeiten, von Gummis bis zu Pulver und anfangen tun wir mal mit Ananas. Das ist das hier, ein Ananasgummi, richtig geil und das ist zum Essen, sehen wir hier. Richtig geil, ich weiß nicht, was hier steht, aber sicher irgendwas von Ananas. Ich öffne das mal. Wow, wow, geil. Wartet, das nimmt man so, aha, das ist noch cool. Ah, so, so jetzt, ein Ananasgummi rausnehmen, ist ein bisschen knifflig, aber es geht. So, so sieht so ein Ananasgummi aus, ganz klebrig. Ich, so wie ein echtes Ananasstück und jetzt probiere ich mal. Mittel, gut. Es ist sicher mit Gelatine gemacht, nur man schmeckt ein bisschen, dass es künstlich ist. Also, ich gebe eine Bewertung von 5 Punkten bis 10. Das wäre also zum Mittelgut. Weiter geht es mit einer kleinen Scheiße. Ja. Ihr habt es richtig gesehen. Ich öffne das Ganze mal. Und dann werden wir sehen, wie es von innen aussieht. Das ist auch ein bisschen knifflig. Das Ganze aufzuholen bekommt. Aber so jetzt. Wow. Das Coca-Cola. Das Coca-Cola-Geruch. Eine Coca-Cola-Scheiße. Ein bisschen komisch. Das herausnehmen. Vielleicht behaltet es noch. Nein, die Folgen kann man. Ah doch. Und Doris hat noch die Pro. Mal von hinten noch. Und jetzt probiere ich es wieder mal. Zehn Punkte. Zehn Punkte. Zehn Punkte. Und jetzt geht es weiter mit. Hello Kitty. Ja. Wir haben zwei Arten. Einmal blau. Und einmal rot. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist was mit Karamell. Was mit Karamell. Oh. Ich glaube, es ist ein Kaugummi. Oder was ist das? Nach Zitrone riecht das. Ja, das ist ein Kaugummi. Ah nein, das ist was zum Essen. Das ist ein Kaugummi. Das ist ein Kaugummi. Zitronengeschmack. Richtig gut. Sieben Punkte. Und jetzt geht es weiter mit dem blauen. Das ist ein Zubuss. Kann man sagen. Ein Zubuss. Ob das den gleichen Geschmack hat? Ja, genau. Der breiche Geschmack eigentlich. So. Weiter geht es mit Tiki. Tic-Tac. 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 Oh, das ist so lustig. Ist das was zum Essen? Ich glaube schon. Hoffentlich ist es nicht dieses Tic-Tac, den man schon kennt. Ah. Oh. Nicht schlecht. Das ist ein Tic-Tac. 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 Und jetzt probieren wir noch den Bruder davon. Tic-Tac. 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 gerne Kokos, aber egal. Wow, was finden wir denn da? So geil, eine Flasche. Was ist hier? Lustig. Sehr, sehr lustig. Ein Mensch, der so macht. Seht ihr? Wo sehr stark ist. Ist das ein Energiegetränk? Ah, vielleicht ist das was zum Sport machen. Irgendwas. Wo schon wieder geht das schwer. Noch mal. Ah, da. Ah, so jetzt. Wow. Wo schon wieder sowas wie die Scheisse. Ja. Hat einen sehr komischen Geruch. Auch ein Gummi. Wow. Ah. Steht hier was? Ja, hier steht was. Gummi steht hier. Wow, das klebt. Das klebt richtig. Und dann noch so flach, ganz flach. Probieren. Drei Punkte. Nicht gerade lecker. Nicht gerade lecker. Und die alten, jeder kennt sie. Ich auch richtig lecker. Marshmallows. Wow. Hat das dann genug? Wow, die riechen so gut. Die riechen nach Vanille. Äh, Vanille. Vanille. Wow. Was ist denn das? Da drin hat's was? Hm. Schmeckt sehr, sehr gut. Und dann hier. Pulver. So sieht das aus. So. Wo? Wo macht man das drauf? Und genau zehn Punkte für das Marshmallow. Zehn. Das Innere. Boah, das ist schon wieder so knifflig. Ein paar Sachen hier sind sehr, sehr knifflig. Ui. Hier gibt es eine kleine Ecke. Wartet schnell. Dieses hier geht wirklich ein bisschen schwer. Aber man kann es auf jede Art machen. Auch wenn es ein bisschen... So, jetzt. Bam. Offen. Das ist Pulver. What? Das ist ganz normales Pulver. Da. Man sieht das Ganze, meine Freunde. Ihr seht das Ganze. Wow, das ist sehr viel Pulver. Ah. So, jetzt könnt ihr es auch richtig sehen. So, jetzt könnt ihr es auch richtig sehen. Ah, das ist auch Knisse. Oh. Oh. Hört ihr das? Also ich beschäftige mich jetzt noch ein bisschen mit dem und ja, ich sage jetzt nur noch Tschau, meine Freunde.